So Leute, und jetzt sind wir wieder bei einem neuen Part von Let's Play... ...Wäh? Wario, äh... ...World für den Nintendo Gamecube! So, komm her, du Scheißviech, so. Und uns fehlen noch ein paar Schätze und ein paar Herzteile, so. Wie das immer anhört, Herzteile, als würden wir Zelda spielen, so. Aber es sind im Prinzip wirklich Herzteile. Die bringen ein Herz... Oder wenigstens ein Herz... ...eine Herzhälfte bringen sie, so. Komm, schmeiß da deine Kacke da runter. Nee, und, äh, ja. Und, äh... ...dann halt so. Nee, und, äh... ...ja, und, äh... ...lassen mich das Spiel kompletieren, sag ich mal, so. So, und... ...Klatsch, so. Und noch mal... ...Klatsch, so. So, und noch einmal... ...Klatsch, so. ...wann bist du mal tot, du Arsch. So, und klatsch. Immer noch nicht tot. Dann halt anders, so. Jetzt bist du aber... ...aua, aua. Wann bist du mal tot, du... ...du alte Scheiße. Hallo. ...aua. Oh. So. Und... ...klatsch, jetzt sollst du aber tot sein, oder? Ach, Gott. Boah, ist das... ...ist das ein blöder Gegner, ey? Boah, Bäume, ey. Und dann soll man die auch noch immer schützen und nicht abhacken. So. So. Boah, bist... ...kannst du auch mal sterben, ey? ...G-Stern, du alte Scheiße. So, verreckt, so. Na toll, natürlich nicht getroffen. Na toll, boah! Du blöder Scheißbaum, ey. Ja, komm, ich will ins Leben zurück. Ja, bitte. Boah, da muss ich 30... ...bleh, 300 Münzen für Blechen, nur damit ich die Scheiße hier fertig machen kann. Komm, verreckt, verreckt, boah! So, verreckt. Und nochmal verreckt, so. Ma... Oh, Gott. Boah, was ist das, ein dämlicher Scheißgegner. So, verreckt doch mal... ...meine Fresse, was... Boah, ich bin gleich schon wieder tot. Nur wegen diesem Scheißbaumarsch hier, ey. Mach doch mal dein Scheißauge auf. Boah, wie lange soll ich denn hier bitte warten? Meine Fresse! Mach doch mal dein blödes, verficktes Auge auf. So, verreckt. Boah, wie lange häng ich hier schon, ey. Ich kann natürlich nicht vorbei. Boah, ich bin gleich wirklich schon wieder tot. So. Boah. Verreckt, ey. Ich brauche jetzt einen, 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 einen Knoblauchmann. Aber hier ist keiner. Schön. Und, oh, nein, nur dein Gameboy-Anfang. Hau ab! Boah, ich brauche unbedingt einen Knoblauchmann. Na toll. Boah, komm. Geht doch mal, meine Fresse. Geht doch alle mal sterben, ihr blöden Viecher, ey. Ah, so. Gut, dass ich wenig diese Scheiß-Bäume nicht mehr fertig machen muss, ey. Boah. Damit ich nicht irgendwie da, mich irgendwie verspringe, sag ich mal. So. Na toll, hier ist auch noch eine Stachelkugel, ey. Boah, ist das ein blödes Level. Oh, endlich ein Knoblauchmann. Komm, her damit. Ich brauche mehr. Ich brauche noch mehr. Her damit. Gib mir mehr. Ich kann nicht ohne. Mein einziges Laster. Komm, noch mehr. Knoblauch. Da frage ich mich doch immer wieder, warum Vario denn so dick ist, wenn er doch nur Knoblauch isst. Der dürfte doch eigentlich gar nicht so fett sein. Die schmeiße ich doch erstmal rein, so. So, da kommen wir da gleich schon mal rein. Ich schaue aber nochmal, was wir nochmal alles brauchen. Wir brauchen, zwei Schätze brauchen wir noch. Ein Herzteil und... Ach, ey. Ja. Ne, zwei Herzteile brauchen wir noch. Dann werden wir doch... Werden wir die doch mal suchen gehen. Auf ein neues... Wo ich mal gar keine Lust drauf... Ah, guck mal hier, ist das eine... Stradivari oder was? Ist das nur eine Geige oder... Eine Violine ist es. Entschuldige meine Verzweiflung. Was soll das denn bitte? Ach, guck mal hier, guck mal da. Das ist wirklich exzellent. So. Ich denke, weil da es noch zwei Stück sind, die ich suchen muss, wird das nächste Herz ja bestimmt auch so versteckt sein. Nehme ich mal ganz stark an. Es wäre auf jeden Fall schön, ach Gott, dann wüsste ich wenigstens Bescheid, wo ich suchen müsste. Sondern müsste ich... Müsste mich nicht ewig lange suchen, durch das Level quälen, so. So. Wunderbar, so. So. Du dienst zum Zwecke... vom Kaputtmachen dieses Dingensbums, äh, Kirchen... Dingskirchenbums! Äh, äh, äh... Fanta-Cola-Bier... So. Ach Gott. Komm. Ich hab doch keine Zeit, ich muss doch noch... Muss dem Don doch noch sein Geld bringen, so. Don Mario. Don Mario erwartet seine goldenen Sterne. Ih, das hört ja irgendwie schon fast pervers an, so. Ähm. Ach Gott, wo ist denn das letzte blöde Herzding? Komm, so. Wupp. So, wunderbar. Wunderbar. Nein! Ach, Mann! Na toll. Nur, ihr seid schuld daran. Nein, seid ihr nicht, aber... Wie vielleicht einige wissen, schiebe ich ja immer gerne... ...die Schulter auf andere, so. Hau ab. So. Komm her, komm her, so. Nein, ich will... Och Gott, ihr... Ihr verschwert mir den Weg zu meinem... ...zu meinem Geld. So, komm her. Komm her, so. Wunderbar, so. Ihr haut schön ab. Ich... Ich brauche ihn nicht. Ihr... Ihr... Ich hasse euch alle, so. Guten Tag! So. Hüpf. So. Vom wegen Timing. Da brauchen wir überhaupt kein großes, großartiges Timing für. So, das war richtig hier durch, ne? Ja. Das war richtig. Ach, komm her. So, hier war doch noch irgendwo... Oder war das da oben? Ich schaue nochmal da oben. Nur um zu vergewissern, dass ich da nichts vergessen habe, so. Och, du blöde Sa... Och. Blöde Magnetensau. So. Och, ihr mit euren scheiß Pustern da, so. Nein, da war nur ein Knopf, also... Egal. Hau ab. Boah. Ner... Och Gott. Nerv nicht. So. Na toll, ich zeig dir auf einmal wieder zwei. So. Na, immerhin. Nervt ihr nicht. Boah. Fast runtergefallen. Boah, der hat... Habt ihr gesehen, der hat mich fast runtergeschmissen, der Penner. Ich sage, zu rumschwebenden Magneten, du Penner. Ja, manchmal muss man sich fragen, ob man nicht komplett bekloppt ist, wenn man Mario- oder Wario-Spiele spielt, so. Ähm. Ne, ich möchte eigentlich nicht hier runterfallen, so. Das wäre nämlich... Bäh. Ach, du blöde Sau. Boah. Ne, ich möchte Mario- Mario mal runter. Ich muss ja weh, ich muss mich, ich muss mich an die Tod stürzen. Schmeiß die halt noch und nehm ich noch in den Schurz ein paar mit. Krieg ich mehr im Paradies. Boah, guck mal. Du hast Schwein gehabt, ey. Selbstmord-Slemming-Slemming-Steinbock-Attentäter, die nix Gutes verheißen. So, was haben wir hier? Es sieht aus wie... Was ist das denn? Es sieht aus wie ein Fagott oder sowas. Nein, das ist ein königliches Septon. Guck mal hier, ein Game-Mort-Wand. Wait. Ach, guck mal hier. Was haben wir denn da? war so nachdem er ein herzteil gefunden reichen nur vor der letzte ist das wird mich wirklich mal interessieren der ganz schön wäre das in nächster zeit mal finden nein nein war nicht festhalten war du bist blöd bist mein Gott Gott bist du doof war so haut ab ok ihr sollt eigentlich nicht abhauen ich brauch euch nämlich so dann komm du wenigstens her du arsch ihr seid immer im weg ihr blöden dinger so wenn du hättest mich jetzt runter gefreut dann hätte ich dir aber in die fresse gehauen meine fresse boah nervt ihr so Leute ich mach an dieser Stelle mal wieder Schlusslack bis zum nächsten Part also ciao 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 ciao